...700 Euro, dann noch die neue, das war samtlösisch für Norwegen-Institut, dann haben wir noch der Ausdruck mit den Gräkemlein-St Schauen wir mal. Also nicht als Schlange, sondern noch eng sein. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Da hast du gelernt? Ja schon, aber ich habe ein paar Prüfungen gelernt, dafür habe ich nichts gehabt. Wenn mein Arzt gegeben, darf ich bei den schlechten Tagen. Das ist gut, dass ich mich gefallen bin. Das ist Multiple Choice. Okay, ja gut. Ja. Nicht unbedingt. Ja, danke. Hier sind wir in der Nähe von U3 und U6. Hier ist die Klappe. Bitte rechts aussteigen. Als erstes bin ich nicht. Nicht? Ich bin zu weit eingenehm. Das ist gleich ein Termin. Transparenz über dein Fahrrad. Tschüss. Soll man sie aufsteigen. Oh, das ist nicht. Oh, das ist nicht. Ichみze. Dann müssen wir uns aufsteigen. Hier sind wir. Woh, das ist sicher. Woh, wir sind hier. Woh, wir sind hier ein paar Stoß. Woh, wir sind hier. 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 Gleis 2, zurück. 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 Gleis 3, zurück. Gleis 3, zurück. Nürnberg Bitte rechts ansteigen.